Ich freue mich, dass du eine absolute Bereicherung für diese Ausstellung bist und ich bin immer noch sprachlos, ich weiß mir wirklich nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, ich empfinde genau das Gleiche wie alle anderen auch. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr und das ist das, was soll ich sagen. Ich bin einfach nur sprachlos und begeistert. Danke sehr. Ich bin sehr, sehr honored, knowing you, und es ist ein Privilege, zu machen Musik in so eine sehr schöne Galerie, und ich würde wirklich danken, dass du für mich ein Teil meiner Leben bist und ich habe ein schönes Bild in meinem Leben, also du bist ein Teil meiner Leben, jeden Tag. Danke sehr, sehr, sehr.